Ja, moin Leute, servus und herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns die Sonntagspartien in diesem Video an, und zwar Niederlande gegen Tschechien und Belgien gegen Portugal. Und erstmal der Rückblick aufs letzte Video. Wir hatten den Wales gegen Österreich-Tipp, der hat über 18 Stimmen erhalten. Den Link zu den jeweiligen Abstimmungen findest du immer in den Kommentaren. Du weißt, wenn ein Tipp über 10 Stimmen hat, wird er hier angespielt. Und danke auf jeden Fall für über 1000 Abonnenten. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir diese Marke auf diesem Channel endlich geknackt haben. Denn ich würde gerne, wenn ich zum Beispiel diesen Channel auch monetarisieren kann, dann kannst du, glaube ich, auch Livestreams starten. Dass man so mal, ja, so ein Livestream, sag ich mal, während einer Bundesliga-Konferenz macht mit Live-Wetten und so weiter. Deswegen, ja, war das wichtig, die 1000 Abonnenten hier zu knacken. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir in die Analyse rein. Niederlande gegen Tschechien ist das erste Spiel. Ja, du siehst die Niederlande. Performancetechnisch richtig stark drauf. Und zwar haben sie seit sieben Spielen nicht mehr verloren. Siegeserie steht bei vier Spielen. Wenn wir uns die Gruppenphase mal anschauen, gab es ja ein 3-2-2-Sieg gegen die Ukraine. Ein souveränen 2-0-Sieg gegen Österreich und natürlich ein 3-0-Sieg gegen Nordmazedonien. Alles relativ problemlos. Haben sie neun Punkte geholt. Natürlich in einer relativ schwachen Gruppe. Das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Dann haben wir die Tschechen, die 2-0 gegen Schottland gewonnen haben. Sicherlich kein allzu überzeugender spielerischer Auftritt. Dann 1-2-1 gegen Kroatien. Kann sicherlich als Erfolg gewertet werden. Auch wenn Kroatien natürlich nicht mehr den Glanz hat, den sie noch vor ein paar Jahren hatten spielerisch. Und dann gab es eine knappe 0-2-1-Niederlage gegen England. Wobei England natürlich einen ganz anderen Kader hat als Tschechien. Das sollte eben klar sein. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man geht auf den Direktsieg von Holland oder man geht auf die Tore. Da können wir auch mal reinschauen. Wobei ich die 1,60-Quote schon relativ niedrig finde, muss ich ehrlicherweise sagen. Die 2,0-Tore-Quote ist jetzt auch nicht sonderlich. Ich würde fast auf den Direktsieg gehen. Vielleicht gibt es beim einen oder anderen Wetteranbieter auch eine Quote, die höher ist als 1,60. Dann gegebenenfalls anspielen. Oder man geht live in das Spiel rein, wartet 10 Minuten ab, 15 Minuten. Vielleicht steht es dann noch 0-0 und dann geht die Quote auf 1,7-1,80 hoch. Gerade wenn Tschechien eine starke Anfangsphase hinlegen sollte, dann kann die Quote auf jeden Fall steigen. Dann haben wir Belgien gegen Portugal. Auch hier gehen wir mal kurz in die Analyse rein. Und zwar haben wir hier auf der linken Seite Belgien, die 9 Punkte in der Gruppenphase geholt haben. Auch natürlich eine relativ schwache Quote. Du siehst hier, Finnland hat hier eine 9er-Quote. Die Russen auch fast eine 4er-Quote hier auf ihren Sieg. Russland wurde hier gar nicht so schlecht eingeschätzt, waren aber dann doch relativ schlecht unterwegs. Und dann hier ein 1-2 gegen Dänemark. Dänemark hat jetzt zuletzt 4-0. Gestern gegen Wales gewonnen, auch ein sehr, sehr starker Auftritt. Und dagegen haben wir natürlich Portugal mit einer Gruppe, die man hier tatsächlich eigentlich nicht vergleichen kann. Ungarn, klar, 3-0 besiegt. Ist auf jeden Fall ein guter Erfolg jetzt im Nachhinein gewesen. Denn auch die Ungarn haben sich hier lange Zeit gut geschlagen. Auch gegen Deutschland, wie du wahrscheinlich mitbekommen hast. Und dann haben sie gegen Deutschland verloren. 2-4, weil das Konterspiel von Deutschland da einfach gegen Portugal gespielt hat. Portugal mit offensiven Außenverteidigern. Deswegen bekommen sie auch so viele Gegentore. Und dann 2-2 gegen Frankreich, den eigentlichen Favoriten dieser EM. Hätten sie den Punkt nicht geholt, glaube ich, werden sie sogar ausgeschieden. Bin ich mir aber jetzt gar nicht sicher. Portugal deswegen hier gar nicht so auch schlecht unterwegs, wenn man sich zumindest mal auf die Tore bezieht. Die Abwehr ist natürlich löchrig. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten hier, sage ich mal aus meiner Sicht. Entweder man geht auf Belgien, qualifiziert sich. Ich sehe Belgien einen Tick vorne. Man muss aber auch dazu sagen, dass Portugal eine absolute abgezockte Turniermannschaft ist. Die wissen, was auf sie zukommt. Die werden vielleicht hinten diesmal mauern. Und mit einem anderen System spielen alles noch zuletzt. Deswegen ist das Ganze mit sehr, sehr viel Risiko behaftet. Oder man geht hier auf die Tore. Über 2,0 Tore wäre so ein bisschen der sicherere Tipp. Gibt es eine 1,625 Quote hierfür. Das heißt, wenn drei Tore fallen, dann ist die Wette gewonnen. Wenn zwei Tore fallen, gibt es das Geld zurück. Wenn unter zwei Tore fallen, dann ist die Wette verloren. Video zu diesen zwei Spielen kommt heute dann ein bisschen später auch noch. Deswegen, wie gesagt, gerne dann nochmal vorbeischauen. Das wäre es mit dem Video gewesen. Stimmt gerne in den Kommentaren ab. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Und ich kann jetzt nur noch sagen, hau rein und ciao.